Ich helfe dir. Wo ist die Biene? Da. Ich kümmere mich drum. Einen Moment bitte. Mach dir keine Sorgen, ich kläre das. Okay, Baba. Walla, sie ist bereit zum Stechen der Welt. Pass auf. Und weg! Geh! Geh! Wir haben keine Angst vor dir. Geh, sie kommt zurück, sie kommt zurück! Heiho! Heiho! Imani di Coco! Heiho! 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 Oh, du hütte Dön. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Wir gehen jetzt ein Eis essen, was ich immer in meiner Kindheit gegessen habe. Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Wie heißt das Eis? Lod amerikanske. Das hier? Ja. Das Eis heißt amerikanske? Amerika, Amerika? Luisa, ich bin echt gespannt, wie es schmeckt. Wir fragen Imani, sie hat schon angefangen. Imani, wie findest du das Eis? Wow! Hakuna Matata. Krass. Was ist los, Imani? Dann bekomm ich mehr. Du kannst nicht mehr? Oh. Wo sollen wir hin? Nach Hause. Luisa, Imani will nach Hause. Dann ab nach Hause. Let's go! Ledo! Ledo! Packt eure Taschen. Wir hauen ab. Wie lange waren wir jetzt hier? Nicht mal 24 Stunden, aber egal. Ab nach Hause. Berlin ist unsere Heimat. Berlin. 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 Du bist wunderbar. Berlin. Berlin. Ewa. Tami Amina. Eh eh. Waka waka. Mm eh. Tami Amina sanga ewa. It's time for Africa. Abidi bidi bomba chigga chigga bomba. Wabip to be. Abidi chigga chigga bomba. Chigga chigga bomba. Dib tulips. Ami waka waka. Eh eh. Waka waka eh eh. Dibli neba dobi bobi bobi. This is Africa. Afrika. Kommt, Afrika, kommt. Imani, bist du aus Europa oder aus Afrika? Afrika. Amerika. Amerika. Achso. Stimmt, Amerika. Amerika, Amerika. Amerika, Amerika. Wir gehen jetzt raus, aber ohne Mama. Mama, du bleibst zu Hause, okay? Ich geh einen Kaffee trinken, du. Imani. Was willst du machen? Piau. Piau, also rutschen. Was noch? Eis. Wollen wir mit Mama rausgehen oder alleine? Alleine. Du hast sie gehört. Du bleibst zu Hause. Okay. Imani, komm. Komm, du musst auf die andere Seite, Imani. Dein Kindersitz ist schon bereit. Wo ist deine Hand? Da. Alles safe? Ja. Genau. Baba. Bye, bye, Imani. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Baba, go. Baba, go. Baba, go. Baba, Flugzeug. Flugzeug? Oben ist ein Flugzeug? Nein, ich geh ein Flugzeug. Imani, soll ich das aufmachen hier? Guck mal nach oben, Imani. Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch. Imani, wir sind gleich da. Weißt du, wie lange noch? Noch drei Minuten. Okay, Baba. Jetzt so unter uns. Wünschst du dir einen Bruder oder eine Schwester? Bitte. Schwester? Kannst du mir ein Lied vorsingen? Mir hat noch nie jemand so ein schönes Lied vorgesungen. Danke schön. Danke. Wer ist die Schönste? Mi, Mami. Wer ist die Beste? Mi, Mami. Wer ist die Stärkste? Mi, Mami. Wer liebt Baba? Mi, Mami. Wer liebt Coco? Mi, Mami. Wir sind angekommen. Kannst du angekommen sagen? Ah, Coco. Ah, Coco. Komm. Wir kaufen jetzt ein... Bubo. Bubo. Komm, Imani. Komm. Komm, Imani. Da vorne sind die Bubos. Guck mal, das ist eine Riesenrutsche. Wow. Wow. Ist bereit? Eins, zwei, drei. Let's go. Let's go. Yahoo. Mamma mia. So, einmal einsteigen bitte. Ja. Imani, was machen wir jetzt? Eis, Eis. Okay, wir müssen jetzt auf die andere Straßenseite. Weil unser Eis gibt es auf der anderen Straßenseite. Eis. Ey, boah. Wir fahren jetzt zum Spielplatz. Imani, hast du Spaß? Ja. Ey, Imani, guck mal, wer da ist. Wow. Hallo, wie geht's? Mama. Ich soll auch reinkommen? Oh. Kommst du mit zum Spielplatz? Ja, gerne. Ja, dann komm, steig ein. Du willst da vorne, ist kein Platz für dich. Du musst nach hinten. Kein Problem. Ey, boah. Was haben wir denn da? A. Was A? Dicke Dauke. Dicke Dauke? Der Zauberstab. Nach unten. Imani, was hast du gemacht? Schwinge den Zauberstab auf und ab. Luisa, hier qualmt alles. Oh no. Was ist der nächste Schritt? Schwinge den Zauberstab auf und ab, damit die Regenbogenfarben wie von Zauberhanden tanzen. Sage jetzt die magischen Worte. Magicus Mixus. Okay, Miku. Irgendwas stimmt nicht. Da passiert was, da passiert was. Es geht ab, es geht ab, es geht ab! Oh no! Ibrahim, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Magikus Mixus! Du musst es sagen! Magikus Mixus! Ey, wir haben verkackt. Create? Ja, hast du das nicht gedrückt? Erschaffung-Modus. Nein, dann hör mir jetzt genau zu! Magic! Schwinge den Zauberschaft auf und ab! Schwinge den Zauberschaft auf und ab! Okay, schwinge den Zauberschaft auf und ab! Ey, wer ist da am singen? Magic Mixus! Oh mein Gott, das ist Magic Mixus! Was ist der nächste Schritt? Schwinge den Zauberschaft nach oben! Imani, komm! Ich brauche dir eine Hilfe! Schwinge den Zauberschaft nach unten! Okay, der letzte Schritt! Seid ihr bereit? Schwinge den Zauberschaft nach oben, Nedr! Magic! Imani, komm! Magic Mixus! Schwinge den Zauberschaft nach unten! Magic Mixus! Magic Mixus! Nein! Oh nein! Oh no! Imani, guck mal was da drin ist! Hallo! Wow! Ein Baby! Puckuck! 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 Amirika, Amirika! Imani, woher wir gehen? Mach! Ja, nur ein bisschen. Okay, Louisa, wir sehen uns später. Wollen wir mit Mama gehen oder ohne? Oh nein! Imani! Wollen wir doch mit Mama gehen? Ah! Imani, wie macht die Ziege? Imani, guck mal! Guck mal! Da hinten, da hinten! Guck mal da hinten! Aiu, Ige! Guck! Okay! Oh! Nein! Guck mal! Die kommen extra wegen dir, Imani! Alles klar? Guck mal! Du sollst streicheln, Imani! Streichel! Ey, der will gestreichelt werden! Bratan, du bist mies korrekt, ja? Willst du, dass ich dich da raushole? Imani, was willst du von seinem Ohr? Was willst du von seinem Ohr? Oh! Oh! Amerika, Amerika, das Jindau-Immobil hat eine andere Farbe bekommen. Wir sind wieder unterwegs wie Batman. Wie findest du es? Einfach nur, einfach nur wow, 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 wow. Ist einfach Nacht Edition. Das Auto ist einfach krass. Das Auto ist einfach krass. Es ist fantastisch. Hey Barbie. Hi Ken. Hi, es ist Ken, am I right? Yes, of course, am I right? Okay. Here we go. Here we go, super Mario, man. Leute, wir warten gerade auf Mila. Wir gehen den Barbie-Film gucken. Sie müsste gleich da sein. Sie kommt wie immer zu spät. Luisa, du siehst heute aus wie eine richtige Barbie. Und du siehst aus wie Ken. Wer ist Ken? Ken. Der Freund von Barbie? Ja. Ken? Was für ein Name? Ich bin nada, man. Nimm mich nicht Ken. Ken. Sehe ich aus wie ein Ken? Nein, ich sehe aus wie ein Nader. Da ist Mila. Alles klar, Barbie? Alles klar, Ken. Ey, ich bin nicht Ken. Wie oft noch? Sehe ich aus wie ein Ken? Ja. Komm, Mila, steig ein. Wir fahren los. Hallo, wir fahren doch nicht mit dem Auto. Mit welchem sonst? Ich rufe kurz meine Freundin an. Hey, Babsi, können wir sein Auto haben? Hi, Mila, natürlich. Du kannst alles von mir haben, was du willst. Danke, Schwester. Bis dann. Leute, wir müssen uns beeilen. Luisa, wann beginnt der Film? Hat schon angefangen seit 17 Minuten, ja, Selame. 18 Minuten schon. Werbung läuft doch immer eine halbe Stunde, oder? Ich hoffe, die Werbung läuft noch. Wir müssen noch Popcorn holen. Hi, Barbie. Bist du bereit für den Film? Ja. Okay, Barbie. Okay, Barbie. Bist du bereit, Barbie? Ja, Ken. Ich bin nicht Ken, Mann. Ich bin ein Ader. Danke, Barbie. Und wie fandst du den Film? Sehr schön. Was fandst du am schönsten? Wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir noch heute. Seid eingeschlafen. Bis zum nächsten Mal.